hallo verehrte freunde ja bin hier zu hause zurzeit nicht arbeitsfähig und krank weil mein linker fuß ist stark angeschwollen eine entzündung im fuß eine schlecht heilende wunde habe ich dort auch von zehn zentimeter ich kann nicht laufen ordentlich zur toilette schon aber mehr nicht und deshalb bin ich zu hause ich gehe so gerne arbeiten aber es war einfach nicht mehr möglich kann auch mal den fuß zeigen mit ambulant erst mal verbunden desinfiziert regelmäßig muss ich zum arzt und termine habe ich beim diabetologen noch und beim chirurgen kann auch sein dass da noch eine thrombose zusätzlich drin ist auf jeden fall eine schwere entzündung ich kann den fuß mal zeigen so sieht er jetzt aus bewickelt so habe ich meinen fuß hier da liegt er immer nur mein hund lässt mich gerade nicht so hündchen auf meinem schoß hier ja und ich gucke gerade wie ich hier die zeit verbringe viel schlafen und bein hoch legen das kommt ja jetzt gleich da kommt mein bein gleich wieder hin ja so viel zur information ich möchte gerne wieder videos drehen und vor allem in erster Linie arbeiten gehen das geht im moment nicht so doll ne und ja vielen dank für eure aufmerksamkeit verehrte freunde und wir sehen uns dann es wird bald wieder besser werden aber wann weiß ich nicht dankeschön tschüss